Ich habe in dieser Kunst einfach einen Zufluchtsort gefunden. Die Medien hetzen wieder gegen Schwarzafrikaner Und jetzt weiß ich, wovor meine Mama mich schon damals gewarnt hat Denn für die Leute sind wir doch alle nur Drogendealer Denn der deutschen Sprache möchte ich leider Macht es unser Bild nicht positiver, denn wie gesagt, wir sind doch alle so Guck von den Schwarzen am Görlitzer Park, kannst du günstiges Cannabis holen Immer sind wir die Schwarzen Schafe dieser Gesellschaft Warum geht dann keiner von denen arbeiten wie seltsam Jeder von ihnen macht doch immer nur illegale Geschäfte Eine Stadt wie Berlin bietet dafür ideale Plätze Aber keiner von den Leuten weiß, warum sie das hier tun Nein, nicht aus Langeweile und sie fühlen sich auch nicht cool Wir befinden uns hier in der Base von Alles für die Jugend Hier entstehen die Tracks, die musikalischen Stücke der Jugendlichen Die sie hier kostenlos aufnehmen dürfen Dieser Block hat mich geprägt Reihe wohin führt zu dieser Weg Und ich frag mich immer noch Wobel tritt uns dieser Weg in diesem Block? Hey, ja, bin gefangen in diesem Block Denn unser Leben tritt sich nur um diesen Block Hey, ja, diese Kriminalität, Mama Hab uns alle in der Gegend hier geprägt, Baba Wow, wow, diese Frage in meinem Kopf Sag mir, wann kommen wir raus aus diesem Block? Diesen Block Also durch ein Projekt ist ein Elternteil quasi darauf aufmerksam geworden Und das ist der Ismail Abi gewesen Ihm danke ich sehr krass, dass er einfach sagte Hey, ich habe so einen Keller, das ist ein Abstellraum Aber vielleicht bringt dir das was, wenn du dieses Vorhaben irgendwie umsetzen willst Und so habe ich die Sachen auch rausbekommen Freigemacht den Raum Und das ganze Equipment, das ich mir erkauft habe Durch die ganzen Projekte, die ich auch so gemacht habe So voll gemacht Und ja, so ist dieser Raum entstanden Und ja, es gibt einfach ein cooles Feeling Auch alles schön Schaum Dicht gemacht Also die Akustik ist hier super nice Ja, war Arbeit, aber hat sich gelohnt Der ist so wichtig, weil das ein komplett freier Raum ist Also da steckt kein Verein, kein Projekt, kein nichts Niemand dahinter Nicht mal die Stadt Berlin, gar nichts Es ist aus eigener Initiative entstanden Und hier dürfen die Jugendlichen das machen, was sie wollen Worauf sie Bock haben Scheißegal, ob Gelb, Latino, Schwarz oder Weiß Wir sind alle Menschen mit Herz und Verstand Niemand besser oder schlechter Ich hoffe, du hast das erkannt Wir sind anders, wir sind, wir sind anders Wir halten hier zusammen wie die Sons of Anarchy Ja, das ist mein Alltag, mein Leben Und kein Gangsterlied Mattenspielplatz, Tempelhof Hier wurden die Gangster groß Du bist hier nicht aufgewachsen Glaub mir, ist besser so Frauke Petry hätte Angst in meiner Nachbarschaft Weil nicht jeder auf seinem Pass den deutschen Bundesadler hat Also wir sind hier in Berlin, Tempelhof Genauer gesagt am legendären Mattenspielplatz Den kennen hier nur die echten Und ja, der bedeutet mir sehr viel Weil das ist ein Spielplatz, der vom ersten Anblick her Nicht viel bietet, aber wir haben damals in unseren Kindernaugen so viel draus gemacht Und nicht nur das, sondern ich habe hier auch einfach Ja, die ersten Reime so mitentwickelt Hier getextet, geschrieben, gefreestyled Eine Person beatboxed und du versuchst irgendwie was daraus aus dem Kopf heraus zu rappen Also die ersten Texte zu schreiben, das war für mich etwas krasses So, dass ich selber auf so Ideen komme, war so wow Aber daraus was Ernstes zu machen, war erstmal nicht so meine Intention Also ich thematisiere ganz viel Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus Und ich möchte den Jugendlichen quasi zeigen, wie sie mit Worten solche Themen nicht nur aufgreifen können Sondern selber thematisieren können, ohne jemanden groß zu beleidigen Sondern konstruktive Kritik ausüben Ja, liebe Leute, wir sind jetzt hier im Tourbus von Alles wird Jugend Der fährt uns zum nächsten Ort, kannst du kurz zeigen Alles wird, alles wird Ja, dann geht's weiter Gewaltfrei etwas loszuwerden Das ist das, was ich den Jüngeren heute auch mitgeben möchte Lieber schreien sie mir das Mikro an Und powern sich aus Lassen ihre Wut, Trauer, den Schmerz, aber auch Fröhlichkeit, Freude, Liebe So raus, anstatt jemandem draußen irgendwie was anzutun Und darum finde ich, ist Rap einfach ein so starkes Ausdrucksmittel Und sollte es auch viel mehr genutzt werden, wie zum Beispiel in der Schule Diese Kriminalität, Mama Hat uns alle in der Gegend hier geprägt, Baba Wow, 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 diese Frage in meinem Kopf Sag mir, wann kommen wir raus aus diesem Block